Ich war auch richtig, richtig oft schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, scheiße Mann, ich lasse es einfach sein, ich höre auf, beende alles. Ah, was ein schöner Tag, meine Lieben. Es geht gerade ab ins Gym für mich. Es steht Push an, da baue ich noch einen Kollegen ab. Ich werde nicht alleine Push ballern. Das heißt, wir werden umso mehr Gas geben können. Und davor will ich jetzt nochmal ganz kurz euch einfach was mitgeben, meine Lieben. Und zwar im Leben kann es nicht immer nur aufgehen. Es wird auch oftmals bergab gehen oder ihr werdet stagnieren oder euch fragen, Mann, fuck, wofür mache ich das alles? Glaubt mir, so geht es mir auch oft. Aber am Ende des Tages, meine Lieben, kommt es für mich darauf an, etwas zu finden, was einem Spaß macht. Etwas zu finden, was einen erfüllt und da einfach durchzuziehen und schauen, was das Leben mit dieser Sache dann bringt. Weil ihr müsst immer so denken, beziehungsweise ich denke so, wir leben verdammt nochmal nur einmal. Wieso sollte ich dieses Leben damit verbringen, Sachen zu machen, die ich nicht machen will? Und klar, es wird immer Sachen geben, wo man mal weniger Bock drauf hat. Aber im Großen und Ganzen sollten wir dennoch schauen einfach, dass wir Sachen finden, die uns Spaß machen und denen dann nachgehen. Fragt euch selbst, was macht euch Spaß? Worauf habt ihr Bock? Und versucht es einfach durchzuziehen und versucht es zu machen und in diesem Bereich, was es auch immer sein mag, irgendwas zu kreieren. Weil am Ende des Tages, was hat es für einen Sinn, wenn wir einmal hier auf der Welt sind, uns zu irgendwelchen Sachen zu zwingen, die wir eigentlich nicht machen wollen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist immer leichter gesagt als getan, das verstehe ich schon, aber wir müssen dennoch glaube ich versuchen, einfach unser Mindset, sage ich jetzt mal so umzuschiften, dass wir einfach Risiko eingehen, dass wir probieren, dass wir machen, egal was andere sagen. Es wird immer Leute geben, die sagen, Bro, was machst du da schon wieder für scheiße oder du packst das eh nicht, du wirst es eh nicht schaffen. Wird es immer geben, aber nehmt euch das als Motivation und gebt doppelt so viel Gas. Und es wird nicht immer alles gut sein, das weiß ich auch, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Es wird nicht immer alles so laufen, es wird auch mal bergab laufen, es wird auch mal stagnieren. Wichtig ist Leute, dass wir konsequent und konsistent bleiben. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, meine Lieben. Ja man. Und Freunde, was ich euch auch noch sagen wollte, ich sage es euch ehrlich, es ist, ich war auch richtig, richtig oft schon mäßig so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, scheiße man, ich lasse es einfach sein, ich höre auf, beende alles. Aber ich sage es euch ehrlich, wie es ist, danach habe ich mir wieder gedacht und das ist so mein Ding. Ich kann nicht aufhören und ich werde niemals aufhören, weil ich weiß nicht, das ist alles in meinem Leben so gefühlt, was ich habe und das ist auch alles, was ich haben will. Es gibt für mich kein Aufgeben oder irgendwas. Es wird durchgezogen, weil ich es liebe. So, ich bin im Gym, lost head beginnt, jetzt habe ich so einen geilen Talk hingelegt und jetzt bin ich schon wieder so lost. Ne, ich sitze im Auto und hole jetzt einen Freund von zu Hause ab, der gerade mit der Arbeit fertig geworden ist und wir werden uns die Brust zerstören, meine Lieben. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben auch noch Schultern und Trizeps dabei, das heißt, es wird eine komplette Push-Einheit. Ich habe sehr, sehr, sehr Bock drauf. So Freunde, wir rufen jetzt mal den Kollegen an, ich kann nur gerade nicht aufs Handy filmen, weil sonst leag ich seine Nummer und dann vielleicht tyrannisiert ihr ihn. So, schau dir mal. Jakob? Ja? Ich bin da, du kannst eben kommen. Du Trottel, beeil dich bitte, ich stehe schon da. Ich chill kurz. Gibt es ja nicht wirklich, bis gleich. Also Leute, ich sage es euch, das sind immer die Besten. Wir machen uns aus, ich habe gesagt, ich bin in 10 Minuten bei dem Typen da jetzt, beim Jakob, okay? Und jetzt zieht sich der jetzt erst aus, Digga, und ich warte jetzt schon wieder hier und ich stehe hier so halber auf der Straße, Digga, und ich wurde hier schon einmal angezeigt, Alter. Und habe dann Fettstrafe zahlen müssen, jedes Mal wirklich aufs Neue. Ich bin hyped aufs Training, hier ist übrigens mein Booster, ich habe mir heute so eine geile Mische gemacht. Aber ja, die muss gerade eben noch ein bisschen secret bleiben, sagen wir es mal so. Haben wir es auch einmal geschafft. Voll geteilt. Der lässt immer auf sich warten, Freunde, das ist irre, wirklich. Richtig geil, der Parfums der Mali Herod. Freunde, lasst uns mal wissen, ob ihr einen Parfumshopping-Trip von uns sehen wollt. Das ist ein Geistesgang. Das ist, ich glaube, ich habe schon in einem der letzten Folgen gesagt, der ist der Parfumsjunkie schlecht hin auf jeden Fall. Aber heute zeige ich ihm auch meinen Gym. Da warst du noch nie? Noch nie, nein. Die wird es klauen, glaub mir. Ich freue mich schon. So, meine Lieben, wir starten in dem guten alten Push-Day. Ich habe richtig Bock. Sonst schaut aufwärmen aus, Leute, wenn man es falsch macht. Wir machen es jetzt mal gut warm an der Maschine ein bisschen. Mal schon Blut reinbekommen und so. Und dann werden wir auf jeden Fall wirklich ordentlich Gas geben. Push-Session ist so oder so immer. Sei es euch ganz ehrlich, das ist, glaube ich, die Einheit, auch bei euch da draußen, die einfach am brutalsten läuft. Jetzt zählt, jetzt zählt. Komm, zwei machen. Puh, erste Brustübung hätten wir geschafft. Ihr habt gesehen, Cable Fries war geistesgestattet und jetzt drei Sätze geballert. Wirklich fully all in, jeder Satz eigentlich. Und jetzt ballern wir? Dips. Dips. Breiter Griff. Dips hier ganz puristisch, einfach an der Wand befestigt. Ja. Havara, ich würde Tränen lachen, wenn das jetzt aus der Wand ausreißt. Ich nicht. Der ist schwer verletzt. Der wird den Boden fräst, Havara. 17 Kilo, da direkt ist immer mit Besicht. Auf jeden Fall kommen jetzt drei Sätze Tipps und schauen, wie viele Wiederholungen es werden. Weil die, ich sage euch, Tipps knallen sowas von rein. Ich mache die auch noch immer nach wie vor ohne Zusatzgewicht, sondern einfach nur schon mit Körpergewicht. Und ich würde sagen, Leute, let's ballern. Ah! roses getchy pregnant. Ah! Was hab etwa richtig im Zug? Oh! Oh! Weyer Verstattel. Oh! 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 So, mittlerweile, meine Lieben, befinden wir uns schon recht am Ende des Trainings. Ich habe jetzt nur mit dem Trizeps, gerade jetzt noch seitliche Schulter gemacht und noch hintere Schulter habe ich am Puschte, hat mir mein Coach einfach am Puschte draufgeschrieben. Ich sage so, herrlich, wie das ist, ich habe keine Ahnung, warum. Ist aber am Ende des Tages auch wurscht, meiner Meinung nach, hintere Schulter kann man, finde ich, bei jedem Training einbauen. Hauptsache, ihr macht sie. Jetzt habe ich noch zwei Trizeps-Übungen. Einmal Trizeps drücken über Kopf, das ist mehr für den langen Trizeps-Kopf, der sozusagen euren Arm wirklich fettbreit ausschauen lässt, von zum Beispiel einer Double-Biceps-Pose. Ich meine, dafür sind ja alle Trizeps-Köpfe wichtig. Also einfach Ball an vorne, wir haben jetzt den Überkopf und dann noch einmal runter, sozusagen Trizeps-Pushtowns, zwei Sätze. Das heißt, fünf Sätze Trizeps jetzt noch, dann wassers mit dem Post-Training. Also, jetzt noch einmal ordentlich durchbeißen. Fokus ist auf jeden Fall richtig am Start heute. Fokus und Pump, definitiv, meine Lieben, auch. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Kann man auf jeden Fall machen, sobald ich das auch noch einmal mit, Jakob. Ich mache jetzt noch einmal Trizeps-Über-Kopf und Trizeps-Pushtraining. Ich sage es euch, der ist immer so schnell, Alter. Ich habe auch ein bisschen gedrödelt, aber mit Camp, da hat es halt immer alles etwas länger vorne. Wir sind durch, meine Lieben, mit dem Training. Du hast dich irgendwann abgezischt von mir. Du hast dich abgetrennt von mir. Aber ich trainiere halt nicht immer nur eine Stunde wie du. Nein, nein, Entschuldige. Du hast nicht eben trainiert eine Stunde. Anstatt, dass du im vollen Pump die Fotos machst, machen wir Brust. Da machen wir keinen einzigen Satz Side-Raisers. Und ich habe den ersten Satz Schultern begonnen. Und er steht da und macht eine Viertelstunde, 20 Minuten Fotos. Und ich sage, erst, mach doch nachher die Fotos, dann hast du einen vollen Pump. Zu meiner Verteidigung, ich hatte Brust-Pump. Und der Brust-Pump geht nach 20 Minuten, 10 Minuten bei mir weg. Ich bin halt kein Influencer und ich trainiere effektiv. Deswegen trainiere ich eine Stunde. Und fertig, ja. Schreiner, wir können jetzt nicht allen zurecht machen. Auf jeden Fall, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir holen uns mal was zum Essen jetzt, oder? Jetzt ist es ein Chicken und so und dann gibt es geiles Essen. Weil es hat 35 Grad. Es hat fucking 35 Grad. Was geht hier ab? Das Geile ist, hier ist gleich nebenan ein Supermarkt. Zeigen wir den Leuten, was unser perfektes Post-Workout-Meal ist, okay? Beziehungsweise eigentlich die eh-taugliche Post-Workout-Meal. Ordentlich Eiweiß, wahrscheinlich ein bisschen Kohlenhydrate, ein paar Mikros. Mal schauen, ob es Gemüse gibt. Der Jakob hat gerade ein Kompliment vom Gym-Besitzer bekommen. Und ich auch. Der hat gerade gesagt, das können wir uns zu Herzen nehmen, oder? Absolut. Nein, es geht wie Butter runter. Das sind ordentliche Viecher in dem Gym. Er hat einfach direkt geraten, wie viel du hießt. Er sagt, er schaut mich an. Das war echt heftig. Ordentlicher Schrank, Wahnsinn. Richtig geiler Frame. 118 Kilo. Ich schaue den an. Ist 117,8. Der hat das völlig geraten. Völlig irre, ja. Okay, wir brauchen jetzt ordentlich Proteins, mein Freund. Wollen wir es eher Steak oder wollen wir Hühnerfleisch? Garnella, ja. Okay. Lachs nehme ich nicht zu fette, ich freue mich, in der Diät. Beziehungsweise esse ich selten. Ich habe gestern schon Lachs gegessen. Aber wenn ich wirklich noch ordentlich Proteins offen habe, dann präferiere ich eher ein bisschen Chicken oder irgendwie sowas. Wenn es schnell gehen muss, jeder der das in den Supermärkten hat, aufgepasst. Pulled Beef. 500 Gramm, 105 Kalorien auf 100 Gramm und 18 Gramm Eiweiß. Halber Kilo hat 25 Kalorien und fast 100 Gramm Eiweiß. Das ist heftig. Also Freunde, Pulled Beef, falls ihr das in einem Supermarkt habt und es eilig habt. Weil alle immer sagen nur Chicken oder Rind. Schweinefilet. Wir haben jetzt leider keine Nährwerte dahinten stehen, aber ich weiß, dass es... Das ist auch so 19 Gramm, 20 Gramm, oder? Ja, und läppisch wie Infektion. Also kalorientechnisch auch nicht so. Wahrscheinlich auch so 100, 5, 110. Und Freunde, wenn man sieht, wir gehen einmal in den Supermarkt ohne Witz. Es sind teilweise manchmal so eine halbe Stunde hier. Wenn wir bei jeder Ecke stehen bleiben und bei jeder Kleinigkeit, was Essen angeht, uns das anschauen und aufgeigen. So was übrigens, so würst es überhaupt nicht meins. Außer in einem Hotdog, ja okay, aber so pur würde ich das jetzt nicht essen. So meine lieben Damen und Herren, sieht jetzt das fertige Meal aus. Wir haben Chicken, wir haben Brokkoli und wir haben Reis. Richtiges Bodybuilding-Essen. Wir haben Hunger, Alter. Wir müssen jetzt mal reinhauen und wieder gute Energie tanken. bis zum YouTuber. Bis zum ziti! Bis zum